deutschlands amateurkeeper fliegen durch den april das sind die top paraden des monats die 1 revier derby bedeutet action so auch schon in der u16 westfalen liga justin treichel von den königsblauen behält hier im eins gegen eins überzeugend die oberhand parade 2 anschnallen jetzt wird's artistisch florian geck vom sv aubing fliegt in der bezirksliga oberbayern süd durch die lüfte und sichert das umkämpfte 1 zu 1 remy gegen den ersten fc pensberg für die drei braucht's fingerspitzengefühl und dass asmir alisic vom fc brünninghausen das hat beweist er mit dieser atemberaubenden flugschau er ist der retter des 2 zu 0 heimsieges gegen die hammer spielvereinigung für parade nummer vier geht's in die viertklassige regionalliga nord hier unterstreicht zwens brodersen von st paulis u23 mit dieser blitzschnellen reaktion seine ambitionen nach oben und parade nummer fünf hoch akrobatisch und mit vollem einsatz macht jan hält seinem namen alle ehre der keeper des asc 09 dortmund macht im strafraum keine kompromisse unsere auswahl eure entscheidung stimmt jetzt ab für euren favoriten